Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben der gewohnten Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern ist die richtige Ernährung für die Kleinsten nicht mehr wichtiger geworden. Und der Gesetzgeber hat für Babynahrung strengere Vorschriften erlassen als bei vergleichbaren Nahrungsmitteln für Erwachsene. Auch bei GOP ist man besonders kritisch in der Auswahl und Aufnahme der entsprechenden Produkte und hat schon vor Längerem umgestellt auf Fertigmahlzeiten unter dem GOP Naturaplan Label. Wir kaufen für uns selber ziemlich viel von GOP Naturaplan. Darum ist es eigentlich ganz normal, dass wir auch für Fritzli die Sonne Gläschen nehmen. Sämtlich das Gemüse und die Früchte für GOP Naturaplan Gläschen Mahlzeiten kommen aus biologischem Anbau. Das Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung. Und auch da garantiert die VSBL auch mit den Knospen dafür, dass die strengen Richtlinien für den Biolandbau eingehalten werden. Am besten ist immer noch eine neutrale und unabhängige Kontrolle. Wir haben Vertrauen im Marken GOP Naturaplan. Und ihm da schmückt es. Das Kind muss wegen dieser besseren Qualität aber nicht auf Abwechslung verzichten. 19 Naturaplan-Mönü sind jederzeit erhältlich. Gemüse, Früchte, Fleisch und Getreide oder auch alles kombiniert. Je nach Verfügbarkeit der biologischen Zutaten wird das Angebot von Zeit zu Zeit erweitert und ergänzt. Wie mit den aktuellen Sorten. Ich habe verschiedene Konkurrenzprodukte ausprobiert. Vom Geschmack, aber auch vom Inhalt und der Zusammensetzung her, haben mich die Menü von GOP Naturaplan und Meistern überzeugt. Und Ingla auch. Produziert werden die Gläsli-Mahlzeiten übrigens vom bekannten Kindernahrungsspezialist Galactina. Und zwar exklusiv für GOP. Ebenfalls bei uns erhältlich sind die Instant-Brei von Galactina, die das Kind mit wichtigen Vitaminen und Aufbaustoffen versorgen. Der Gemüsebrei, der Vollkornbrei oder der Grießbrei, alle mit Zutaten aus biologischem Anbau, lassen sich mit Wasser oder mit Milch anrühren und enthalten alles für die gesunde Entwicklung Ihrem Kind. Nicht vollständig wäre der Beitrag über das Kindernahrungsangebot bei GOP ohne einen Hinweis auf Adapta 3. Die gut sättigende Folgemilch von Wander, die ganz auf die Bedürfnisse des Säuglings nach vier Monaten abgestimmt ist, entspricht in ihrer Zusammensetzung den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für die Pädiatrie. Auch im Rezept geht es jetzt ganz natürlich weiter. Mit Eierspätzchen GOP Naturaplan und einem ungarischen Gulasch, zubereitet mit Natura-Beef. Und weil das bekanntlich durch die Aufwärmen nur noch besser wäre, empfehle ich Ihnen gleich eine rechte Portion zu kochen. Grüezi miteinander! 1,5 kg Natura-Beefragun mit Salz und Pfeffer würzen, mit Mehl bestäuben und im heissen Erdnussöl auf allen Seiten anbraten. Zwiebeln ebenfalls goldgelb anschwitzen, zum Fleisch geben und den Topf im vorgeheizten Ofen offen schmoren lassen. Nach einer Viertelstunde garen, das Paprikapulver dazugeben und eine Dose Belati. Tomatenpüree im Olivenöl anschwitzen, ebenfalls zum Fleisch geben und so lange im Ofen lassen, weiter schmoren, bis es deutlich bindet. Noch die Nobuyo dazugeessen und nach der Gesamtgarzeit von ca. 2 Stunden mit auspresstem Peperoni-Saft abschmücken. Ganz zum Schluss Kümmer im Mörser zerstoßen, im Anken aufschäumen, abgeriedene Zitrone und gehackte Knoblauch ziehen und ein Gulasch ziehen und zusammen mit der Coop Naturaplan Eierspätzchen servieren. Jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren und aufwiederschauen! Noch einen Blick ins Markenfenster. Dort haben wir heute ein Produkt, das so richtig knackt zwischen den 10. Ein echtes Naturereignis! Cracktiff von Zweifel ist als erster Snack 95% fettfrei. Denn im Unterschied zur traditionellen Methode machen wir Cracktiff in einer neuen Toast-Technik. Ein Paprikasnack mit 100% Geschmack, bei dem Sie so richtig zugreifen dürfen. Cracktiff von Zweifel 95% fettfrei 100% Geschmack Kurz vor den Nachrichten jetzt noch ein paar positive Meldungen. Ein Kilo Bananen kostet bei uns 2,10 Euro. Alle Coop Quattro Joghurt gibt es für 1,80 Euro. Arni-Branche kommen Sie im Multipack für 7,90 Euro über. Ausserdem offerieren wir Ihnen den Wasserfilter Eurocuisine für rund 25 Franken. Bestimmt haben Sie Ihre Coop Profitkarten immer dabei, wenn Sie einkaufen in allen Coop Filialen, Coop Warenhäuser, den Bau- und Hobbymarkt oder in unseren Partnerfirmen. Coop Profit Plus ist eine echte Profitierkarte für Vergünstigungen und Sonderangebote, die exklusiv für Karteninhaber gültig sind. Sie profitieren sofort im Laden, ohne dass Sie zuerst lange Punkte sammeln müssen. Übrigens, ich habe noch Karten. Wunderbar, dann profitieren Sie jetzt von diesen speziellen Angeboten. 10 Moosrosen offerieren Ihnen die Blumenabteilung am Freitag und am Samstag zum halben Preis. Und auch die Satrap Dampfstation Vapor Super Profi, zum Glätten wie ein Profi, kommen Sie zum halben Preis über. Falls Sie selbst noch keine Coop Profitkarten haben, können Sie eine direkt an der Ladekasse verlangen. Wer sie noch nicht hat, braucht sie nämlich Coop Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Wir sind am Schluss für heute. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen!